Was ist das denn schon wieder? Das ist doch unglaublich. Kann man da nicht richtig hinschauen? Schnell, schnell muss produziert werden. Sehr schnell. Und Sicherheit to last. Guten Tag. Wenn man da nicht hinschaut, nicht? Dann hat man ein Problem. Dann könnte es sein, dass das Unwohlsein Lebensgefahr bedeutet. Film bei galakom.tv No Limits. Zeichen setzen. Haben Sie gehört? Ja, Messerzeit ist auch gefährlich. Und dann die Lebensmittel. Was ist denn nicht gefährlich? Ich weiß es noch nicht. Können Sie mir das sagen? Zeichen setzen. Wer Mensch. Wer wegschaut, ist Mittäter. Und das möchten Sie doch nicht sein, oder? Oder doch? Nein, das möchten wir nicht sein. Aber wir können nicht überall hinschauen. Wir haben keine Zeit. Und die Endkontrollen, die lohnen sich nicht. Weil wir die Zeit nicht haben. Aber die Rückholaktionen, die lohnen sich. Genau, Herr Nussknacker. Knacken Sie mal diese Nüsse hier. Es ist doch abartig. Wie sicher sind unsere Lebensmittel, die wir lieben. Guten Abend. Film bei galakom.tv Aus der Aufsagebox. Mehr Recht. Guten Tag. Schau hin. Und sag, was ist. Denn sonst bist du Mittäter, wenn du nicht mitrettest. Viel Spaß. Guten Tag. Damit Sie morgen noch einen tollen Sonnenuntergang haben. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Der CAO von Edeka sein. Warum? Werden Sie gleich erfahren. Schauen Sie mal. Wir lieben Lebensmittel. Das kann doch nicht sein, oder? Schauen Sie doch mal genau hin hier. Ja. Ich sorge anders auf. Warum? Weil es an der Zeit ist, nicht wegzuschauen. Denn wer wegschaut, ist Mittäter. Und das möchten Sie doch nicht sein, oder? Film bei galakom.tv schaut hin. Und deswegen wird er, der hier, Mr. Morhardt, diskriminiert. Und das darf nicht sein. Guten Tag. Vielen Dank, dass es Sie gibt. Die Aufklärer. Nicht zu schnell. Lieber etwas langsamer. Im Straßenverkehr. Später ankommen. Als gar nicht. Beim Lebensmittel. Lieber lebendig. Als tot. So, jetzt kommt die nächste Nachricht. Guten Tag. Film bei galakom.tv Es ist der Countdown. Retten live.